Leute, mein Mann ist so verrückt, er hat sich einen ganzen Kinosaal gemietet, nur damit er Playstation spielt. Ich bin gerade im UC-Kino hier in Berlin und ja, Baris ist gerade auch in irgendeinem Raum. Wartet mal, was hat er mir gesagt? Ist er in der 9? Oder in der 10? Leute, ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Er hat mir gerade geschrieben, er ist ganz am Eingang vorne in den Kinosaal. So, ich hab's, ich hab's Leute. Jetzt schauen wir mal, was er macht. Das ist doch nicht sein Ernst. Oh mein Gott, er spielt wirklich. Alter, was macht der? Fortnite? Baris, wo bist du? Ich seh dich. Hast du wirklich einen Kinosaal für dich alleine gebucht? Das Ganze in dem gehört mir. Oha, du hast sogar Snacks? Ja klar, Cola, Nachos, Playstation 5. Ey, sei mal ehrlich, wo hast du die Playstation angeschlossen? Plays ist da oben angeschlossen, aber ich muss jetzt hier meine Runde spielen. Da oben? Kannst du sie gerne mal anschauen. oder? Dann?, der